Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Wilma Kalle von Ornithologie für Anfänger und es ist der 1. Mai heute. Sprich, es ist wieder Zeit, den April Revue passieren zu lassen. Ich habe nämlich wieder einige Nächte den nächtlichen Vogelzug dokumentiert und es ist ja fast schon eine Tradition, dass ich dann im neuen Monat ein Video darüber mache. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, sondern starten direkt damit. Ich habe 28 Nächte aufgenommen. Ich habe nur damit zwei Nächte verpasst letztendlich. Eine Nacht hat es sehr stark geregnet und die andere Nacht war ich unterwegs. Deshalb konnte ich da nicht aufnehmen. Ich habe insgesamt damit über 255 Stunden Audiomaterial ausgewertet. Also es hat sich wieder einiges zusammengeleppert. Dabei sind 220 ziehende Vögel dokumentiert worden und insgesamt verteilen sich diese 220 Individuen auf 24 Arten. So, jetzt seht ihr meinen Bildschirm und mich in klein. Das ist letztendlich die Tabelle des Aprils. Und ich würde erstmal sagen, wir starten mit den häufigsten Arten, die wir hatten. Platz 1, wie auch schon im letzten Monat, belegt die Singdrossel. Mit 95 Individuen, also fast der Hälfte aller Individuen. Man sieht das hier unten auch im Diagramm. 43% sind Singdrossel. Man kann sich das hier auch mal anschauen. Anfang des Monats waren wirklich noch starke Nächte dabei. Mit 8, mit 17 Individuen, dann 4, 7. Zwischendurch auch mal keine. Da war das Wetter dann auch mal wieder eher ungut für den Vogelzug. Wir hatten Nordwind, wir hatten Kälteeinbrüche nochmal. Es hat sogar noch mal ein paar Tage geschneit. Insofern, da war das Wetter für den Vogelzug nicht gut. Aber wir haben trotzdem dann noch mal 7, 11 Individuen. Also Anfang des Monats war noch gut was an Singdrosseln unterwegs. Obwohl bei uns hier in Baden-Württemberg eigentlich alle Singdrossel-Reviere schon im März längst besetzt waren. Und man sieht das dann auch, dass der Singdrosselzug stark abnimmt. Ich habe da noch ein paar Nächte bei meiner Freundin aufgenommen. Die kommen noch dazu im Oberrheingraben bei Freiburg. Da ist natürlich noch mal alles weiter. Und da sind die Singdrosseln auch schon gar nicht mehr am Ziehen gewesen. Das sieht man hier auch in den letzten 5, 6 Nächten war fast nichts unterwegs an Singdrosseln. Platz 2, man sieht das hier, macht das Rotkehlchen. Auch das Rotkehlchen war kein Vogel, der regelmäßig jetzt auch noch in den letzten Tagen gezogen ist. Sondern hatte vor allem hier 2 starke Nächte. Da kamen dann schon fast oder über die Hälfte der 40 Individuen zusammen, die ich in diesem Monat drin hatte. Platz 3 macht die Rotdrossel, die Anfang des Monats noch ein paar Mal dabei war. 2 Individuen, 8 Individuen. Hier nochmal 3. Aber dann ab dem 23. April bzw. eigentlich schon ab dem 22. April keine Nachweise mehr von Rotdrosseln. Das ist auch ganz normal. Rotdrosseln überwintern hier und ziehen dann halt im Frühjahr wieder in den Norden, wo sie brüten. Und bis in den Mitte April hinein konnte man auch noch tagsüber hin und wieder mal eine Rotdrossel überfliegend hören. Oder man hat sie irgendwo gesehen. Das war jetzt gegen Ende April nicht mehr so. Das ist aber ganz normal. Insofern ja auch bei den Singdrosseln, Rotkehlchen und Rotdrosseln. Das ist da der Zug, der ja einen Großteil der nächtlichen Zugrufe, einfach weil es häufige Vögel sind, häufig nachts ziehende Vögel sind, Und dass das einfach abnimmt, je weiter man ins Frühjahr reinkommt. Also wenn wir uns mal den März anschauen, da hatten wir hier noch fast über 350 Singdrosseln. Da waren auch noch Amseln dabei. Wir hatten über 40 Rotdrosseln und wo habe ich das Rotkehlchen? Immerhin auch nochmal 40 Stück. Also man sieht schon, dass diese typischen nachts ziehenden Arten dann doch eher in der ersten Aprilhälfte, im März und vielleicht auch im Februar gezogen sind. Was mich auch noch sehr verwundert hat, ist diese elf hier bei den Teichhühnern. Wir hatten eine Nacht mit drei Teichhühnern. Auch die Bläshühner, sieben Stück. Wir hatten einen Zwergtaucher und drei Wasserrallen. Das sind, also bis auf die Wasserralle kann ich mir nicht vorstellen, dass das ziehende Individuen sind. Die ziehen zum einen eher deutlich früher und sie sind hier auch stationär, tagsüber relativ nah, also ich sag mal so, bis auf die Wasserralle in zwei Kilometer Umkreis zu beobachten. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz normal, dass die nachts hier mal eine Runde übers Revier drehen und dass das stationäre Arten sind. Allerdings kann man sich da ja auch nicht sicher sein, deshalb erfasse ich die immer noch dazu. Also ich erfasse da wirklich auch jeden Ruf, den ich über dem Haus erfasse, außer es sind beispielsweise Rabenkrähen, wo ich mir sicher bin, die fliegen jetzt zum Schlafplatz oder Amselgesang, Blaumeise, Hausrotschwanz, Rotkehlchen. Also Gesänge werden natürlich auch nicht erfasst. Logisch. Damit habt ihr schon mal einen groben Plan davon, was so die häufigsten Arten waren, wie viele Stunden ich ausgewertet habe. Und jetzt möchte ich euch noch die Highlights des Monats mal genauer anschauen. Denn es kam einiges zusammen, wer hier schon mal ein bisschen in der Liste rumgeschaut hat, unter den 24 Arten waren auch 2, 3, 4 spannende Arten dabei. Zum einen hier der Ortolan, der typisch nachtsziehender Vogel, schwierig zu finden, sage ich jetzt mal, oder schwierig nachzuweisen, außer über den nächtlichen Vogelzug und die Dokumentation davon. Und dieses Jahr in Süddeutschland habe ich das Gefühl, tauchen überall Ortolane auf. Also ich hatte zwei Nächte hintereinander welche. Ich hatte erst in der Nacht vom 26. auf den 27. hatte ich einen Ortolan und dann vom 27. auf den 28. hatte ich zwei Ortolane, also einmal eine Gruppe von mindestens zwei Ortolanen und einmal einen einzelnen Ortolanen noch drüber fliegen. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, weil der Ortolan auch eine Art ist, die ich so noch nicht beobachten konnte. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, überall auf Ornitho gehen gerade die Zahlen von durchziehenden Ortolanen oder auch rastenden Ortolanen hoch. Insofern bin ich da mal gespannt, ob ich da auch noch den einen oder anderen vielleicht tagsüber bekomme oder zumindest auch noch mal nachts hier nachweisen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Vier Ortolane, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Weitere Highlights ist einmal hier die Ringdrosse. Ringdrosseln sind einfach keine häufigen Vögel, gerade hier, wo sie nicht brüten. Also wir haben hier keine im Schwarzwald beispielsweise, aber auch im Harz brüten sie ja oder auch in den Alpen. Zum Teil ist das die Alpine oder die Alpenunterart und zum anderen gibt es noch eine nordische Unterart. Und die nordischen Individuen ziehen natürlich dann hier auch durch, aber halt, ja, weil es so wenig Individuen sind, ist es halt nicht so wahrscheinlich, dass man hier welche drauf bekommt. Da habe ich mir auch sehr drüber gefreut, dass ich am 19. April, also in der Nacht vom 18. auf den 19. da eine Ringdrossel, nein, stimmt gar nicht, in der Nacht vom 20. auf den 21. April, dass ich da eine Ringdrossel nachweisen konnte. Außerdem einen Trauerschnepper, den habe ich mal noch mit Fragezeichen bei mir drin, weil ich mir bei dem Ruf nicht 100% sicher bin, weil er einfach relativ leise war. Ich war erst bei Baumpieper, danke da auch nochmal Lenny und die ganzen anderen Ornies, die mir bei solchen Bestimmungen dann auch häufiger mal helfen. Ja, genau. Und dann noch als letzte Highlights, klar, der Mai und April sind auch prädestiniert für den Limikolenzug. Da konnte ich auch einiges nachweisen. Ein Flussuferläufer, ein Flussregenpfeifer und einen Waldwasserläufer. Wenn wir in den März zurückschauen, da war an Limikolen noch nicht ganz so viel drin. Ich meinte, wir hatten einen Flussregenpfeifer, genau, wir hatten einen Flussregenpfeifer ein einziges Mal. Aber dafür waren noch so Arten wie die Rohrdommel, ein typischer Wintergast drin oder auch noch eine Heckenbraunelle. Also, wenn man wirklich mal den März und den April vergleicht, dann sieht man, dass sich einiges getan hat. Und wenn wir uns diese Diagramme mal anschauen, wir haben wirklich zwei oder drei Viertel der Arten oder der Individuen sind Rotkehlchen mit 18%, Singdrossel mit 43% und Rotdrossel mit 14% und dann kommt halt sehr viel vereinzelt. Ich meine, das hier ist genau das Teichhuhn und hier ein paar unbestimmte Flugrufe noch. Wenn man sich die Summe der Individuen anschaut, dann sieht man einen starken Abfall. Das wird man gleich nochmal deutlich mehr sehen. Ja, Anfang April waren noch 30 plus Individuen pro Nacht zu hören. Jetzt die letzten Nächte waren dann doch deutlich schwächer mit 4, 3, 2, teilweise auch wirklich 0 Individuen. Auch die Nacht auf den 1. Mai waren übrigens 0 Individuen. Es bleibt aber trotzdem spannend. Es lohnt sich weiter aufzunehmen, weil jetzt wirklich auch seltenere Arten noch durchziehen. Wir haben den Grauschnepper, wir haben den Trauerschnepper, ja genau, wir haben den Halsbandschnepper, wir haben Ortolane, wir haben Kuhreiher, Zwergdommel. Es sind einfach noch spannende Arten unterwegs, die zwar deutlich seltener sind, aber wenn man sie dann nachweisen kann, freut man sich natürlich doppelt und dreifach drüber. Die Summe der Arten pro Nacht, ja, sieht man keine wirkliche Tendenz. Wir hatten mal gute Nächte mit 8 Individuen, nochmal im 21. April, obwohl da gerade mal 14 Individuen drüber geflogen sind. Aber die letzten Nächte waren dann da doch eher mau. Wir schauen uns das aber hier nochmal einmal ganz genau an. Ich meine, das hier ist der erste, vierte. Man sieht doch ganz klar einen Abwärtstrend bei der Summe der Individuen. Man sieht das hier ganz klar, im Anfang Februar waren die Zahlen noch sehr niedrig. Dann gibt es einen Peak, der läuft praktisch parallel oder deckungsgleich mit dem Peak der Singdrosseln, der durchziehenden Singdrosseln und danach flacht das von den Individuen her ab. Wenn man sich die Summe der Arten anschaut pro Nacht, sieht man aber keinen wirklichen Trend, sondern es gibt mal Nächte mit 5, 6, 7, 8 und zwischendrin gibt es aber auch wieder mal Nächte mit 1, 2, 3 verschiedenen Arten drin. Das ist eine ganz normale Schwankung, hat aber auch was zu tun mit den Wetterphänomenen. Also wenn es Nordwind gibt, dann zieht viel weniger. Wenn es Niederschlag gibt, zieht viel weniger. Wenn es insgesamt viel Wind gibt, dann ziehen die Arten eher weniger. Also das sind ganz normale Schwankungen, die man jetzt nicht irgendwie auf etwas zurückführen kann. Ja, die Trends sind ganz klar, weniger Vögel, der Drosselzug ist fertig, das läuft wirklich in eins im anderen. Aber Fliegenschnepper, Pieper zum Teil und auch eine Stelze mal noch mit der Schafstelze, die ziehen hier schon auch noch durch. Dazu kommen viele stationäre Arten. Dazu würde ich jetzt Teichhuhn, Blesshuhn, Wasserralle und Zwergtaucher mal dazu zählen. Reiher hatte ich jetzt in diesem Monat eher weniger. Aber man merkt schon, dass der Vogelzug langsam seinem Ende entgegenkommt. Aber spannende Arten, wie zum Beispiel die Limikolen und so weiter, aber auch einige seltene Singvögel und Reiher, Ortolan, Zwergdommel kommt jetzt bald. Einfach solche Arten jetzt langsam anfangen zu ziehen, beziehungsweise am Ziehen sind. Und auch wenn ich nicht an die Limikolen-Arten und auch nicht an die Limikolen-Individuen-Zahlen von beispielsweise Leuten rankomme, die im Norden aufnehmen, an der Küste oder auch allgemein ein bisschen weiter nördlich, wo mehr Limikolen durchziehen und rasten. Klar, damit kann ich nicht mithalten, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass ich hier fast am Fuß des Mittelgebirges noch drei verschiedene Limikolen nachweisen konnte. Und ich würde sagen, das war es dann von dem Video. Ich möchte gar nicht das Video unnötig in die Länge ziehen. Wenn das Video dir gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls du neu auf dem Kanal sein solltest, gerne auch ein Abo. Und dann freue ich mich wie immer über Feedback. Schreib mir gerne in die Kommentare. Ich werde auch den Mai über wieder fleißig aufnehmen. Hoffe, dass da auch der ein oder andere spannende Vogel drauf ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.